Herzlich Willkommen hier bei businessgadgets.net, mein Name ist Silman und dieses Video möchte ich einem einzelnen Produkt widmen. Dabei handelt es sich um eine Hülle für ein iPhone 7 Plus und 8 Plus, weil ich sehr von dem Produkt überzeugt bin. Es handelt sich dabei um das TPU Case aus dem Hauser Artvis. Hier noch mit dem Aufdruck für das 7 Plus, weil ich die Hülle schon etwas länger verwende. Da gab es das 8er noch gar nicht. Ich habe die Hülle jetzt zweieinhalb Jahre im Einsatz. Auf dem 7 Plus und jetzt auf dem 8er. Ist eine relativ simple Hülle, aber sie leistet mir treue Dienste und man merkt das Alter nicht an. Ist nur ein bisschen verschmutzt, aber sonst keine Materialbeschädigung. Ist eine relativ simple Hülle aus Plastik. Sehr dünn, trägt nicht auf und funktioniert auch mit dem drahtlosen Laden ohne Probleme. Was mir an dieser Hülle wirklich gut gefällt. Was ich ja oft bei vielen Hüllen bemängel. Wir haben den Schutz rundherum und nicht irgendwelche Aussparungen. Sogar die Knöpfe sind geschützt und lassen sich trotzdem gut bedienen. Ich bin wirklich sehr sehr zufrieden und kann diese Hülle euch sehr empfehlen. Denn es ist einer der wenigsten Produkte, die nicht nach kurzer Zeit kaputt gehen oder einfach schlecht aussehen aufgrund vieler Gebrauchsspuren. Falls euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen hoch, Fragen unten in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.